Liebe Mitglieder, Fans und Sponsoren von FassBerlin Fast minütlich erreichen uns schockierende Bilder von der Hochwasserkatastrophe in Deutschland. Die Regionen um Sachsen und Sachsen-Anhalt hat es besonders schlimm getroffen. Das sind Regionen, in denen unser geliebter Sport droht unterzugehen. Wie etwa in Schönheide, wo eventuell der Schaden nicht so hoch ist, wie in Halle an der Saale. Bei solch schockierenden Bildern kann man nicht mehr einfach wegsehen. Da in Schönheide bereits die Aufräumarbeiten begonnen haben, wollen die Fans der Oberligamannschaft von FassBerlin speziell den Halle-Saale-Bulls tatkräftig unter die Arme greifen. Sobald das Wasser in der Volksbank-Arena beseitigt worden ist, wollen wir uns in einem Konvoi auf den Weg nach Halle machen, um dort mit anzupacken. Wann das alles sein wird, wissen wir selber noch nicht aufgrund der Hochwasserlage. Wir rufen aber zur Solidarität auf. Lasst uns alle zusammenrücken und versuchen, den Eishockey-Sport in Halle zu retten. Wer uns nach Halle folgen, tatkräftig oder finanziell unterstützen möchte, den bitten wir sich, unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse zu melden. Nur gemeinsam sind wir stark. Dankeschön.